So liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Treasure Hunt Part 2 und heute bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe wieder Screen Ocks an meiner Seite. Genau, hallo. Mensch, das ist schon mal mehr als high. Okay. Okay, man steigert. Man steigert sich, genau. Wir machen direkt in der Lava-Welt weiter, würde ich sagen. Weil hier ist noch ein unentdeckter Kurs. Hörst du mich noch? Ja, 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 ja. Gut. Ich dachte schon, Skype wäre tot. Nee, 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 nee. Alles schulig. Alles bestens. Okay. Mal gucken, wie lange wir heute hier verbrauchen. Also es kann auch durchaus sein, dass ihr gleich auf meinem Kanal einen 40-Minuten-Part vorfinden werdet. Aber ich habe gesagt, ich mache das in zwei, also machen wir das auch in zwei. Richtig, dazu steht da, der Mr. Mauli. Oh! Oh! Genau, ich wollte gerade sagen, das fließt immer wieder da, wenn du es nicht umbringst. Wo ist es da jetzt? Sagst du? Oh, nein! Wieso funktioniert dieser Schnellsprung manchmal nicht? Erklär mir das mal. Wie gedrückt halten. Ja, mache ich doch. Ja, wie wir schon festgestellt haben, das Spiel mag ich nicht. Ja. Ich weiß. Ich habe sie jetzt auch gedacht. Ha! Den Mr. Mauli, den drücke ich jetzt mal rein. Oh ja. Vollkommen verständlich. Äh, hätte niemand anders gemacht. Okay, wir sind mal nicht so unfair. Aber es ist auch böse, dass ich dieses Level hier nochmal spielen muss, weil ich den geheimen Ausgang noch nicht gefunden habe. Ja, ich frage mich jetzt auch gerade, wo der ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir den beim letzten Mal schon irgendwie quasi gesehen haben. Wir nicht. Wenn dann ich. Ich habe mir ja deine Teile auch angeguckt. Ja, aber trotzdem habe ich die zuerst gesehen. Ich saß zu Hause am Bildschirm, habe mitgekriebert. Oh, nein, 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 nein. Oh, voll daneben. Ähm, bitte nicht in die Kommentare schreiben, das war zu laut. Ich weiß, das war zu laut. Das tat auch mir in den Ohren weh. Schrei die wieder so ins Mikro. Bitte. Danke. Okay. Aber ich habe es trotzdem zuerst gesehen. So, dass ich zu Hause und habe hier übel, äh, ne? Übel. Ich habe es mitgefiebert. Ja. Ich habe auch mitgefiebert. Scheiße, wir hätten bestimmt noch... Da wäre der Weg gewesen. Ja. Da wäre der Weg gewesen. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Ne, du musst mit dem Wagen runterfallen und dann im letzten Moment rüberspringen. Macht sich mit dem Raketenhelm oder Drachen... Ne, äh, Düsenhelm da am besten. Das schaffe ich doch nie. Na doch. Du kannst... Ja, ja, mach mal, ja, genau, das ist... Ja, ja, was soll ich machen? Ja, du musst da wirklich rüber, dann. Also von deinem Wagen, du musst mit dem Glügel runterfallen und im letzten Moment abstrehen. Speichert er die Mitte jetzt? Oah! Hast du doch den Dingpunkt zum Bewusstsein... Ach ja, weil du durch warst. Ja, richtig. Speichert er die nicht. Gut, ich verstehe schon, wie das funktionieren soll, aber, äh... Ja. Du kennst mich. Wir können uns mal wieder auf 30 Minuten Mr. Mauli-Action freuen. Nein. Ich hab vor der Aufnahme noch gesagt, ich will nicht ein zweites Mal Game Over gehen und das hier ist eins dieser Level, wo ich... Ich glaube, das war sogar das Level, wo ich Game Over gegangen bin, oder? Oder war es das nächste? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es auch nicht mehr. Und, äh... Brauchst du doch gar nicht... Naja. Ja, 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 ja. Mal lieber. Und wenn ich hier nochmal Game Over gehe, dürft man noch einen Schatz wiederholen, weil wir verlieren ja wieder einen. Das wäre echt episch in einem Let's Play zweimal Game Over zu gehen. Ich glaube, das kriegt auch nur ich hin. Das kriegt nur Mr. Mauli hin. Das kann kein anderer. Nee, das müde. Nee, das stimmt. Das ist... Das ist so. So, denke dran. Bald ist es soweit. Ja, wann denn? Hier, ne? Ja, genau. Bei dem Ding müsste das sein, glaube ich. Ja, genau. Boah. Ja, gucke. Ganz locker lässt. Und noch ein Leben bekommen. Ganz locker lässt. Ich hatte das gemacht. Unglaublich, ja? Daher durchgezogen. Hast du das gesehen? Beim ersten Versuch habe ich es geschafft. Hey, 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 hey. Hast du aber wieder ein bisschen Skillwasser getrunken, was? Ja. Weißt du, dass ich irgendwie gerade das Gefühl habe, dass ich vergessen habe, was einzustellen? Nein, okay, wir nehmen auf. Oh nein! Ich dachte eben, wir nehmen nicht auf. Ist alles in Ordnung. Ah! Ist... Okay. Okay, auch das? Eine neue Welt? Ja, stimmt. Und hier ist schon der Schatz. Ja, dann kommt man rein, ne? Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, heute habe ich den Ingame-Sound leiser gemacht, aber ich habe dich lauter gestellt. Naja, okay. Einiges erklären. Das würde auch erklären, warum du eben so laut geschrien hast. Ja, und eigentlich nur die Tatsache, dass ich mal wieder laut gelacht habe. Ja. Hä? Ja, da kommt es nicht lang, wenn man klein ist. Achso. Das Spiel will mich zwingen, klein zu sein. Ziemlich erfolgreich. Ja. Oh, das ist ein Labyrinth-Level, oder? Oh, nee. Sof, ja, genau. Äh, äh, nee, nee, äh, ja, ja, nee, ja, 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 und genau. Ja. Wunderbar! Du wolltest mir die ganze Zeit sagen, geh durch die schwarze Tür. Richtig, genau das, das war's, danke. Sprich, geh nicht durchs Licht, äh, geh nicht ins Licht, geh nicht ins Licht. Tu's nicht. Ja, ist okay. Oh, hier, guck mal, ein Switch-Button. Oh, ho, ho, prinzip, verstanden. Nö. Nö. Bis hier anbissen. Okay, also, oder vielleicht doch, wer weiß. Guck mal, gucken. Na, guck mal, da ist der Schlüssel. Doch, doch, doch. Alles zurück. Den, den Schatz haben wir sicher. Aber den Ausgang des Levels noch nicht. Oh. Näh, näh, oh Gott. Och. Wöp. Ey, ey. Ey, das macht jetzt ansteigen, da irgendwie über die Lava zu springen. Nein, das war wieder die Skyper-Zuggerung. Oh, ich dachte jetzt, oh Gott. Ich stand schon auf der Leiter, da fängst du an zu brüllen. Ich dachte jetzt, Mr. Mauli hat keine Lust mehr. Oh, komm, komm, ich springe in die Lava. Was soll's? Macht eh kein Spaß. Nein, Spaß beiseite. Ja, ha, na ja. Was ist das? Ein goldener Bug? Ja, das ist ein Pokal. Das ist ein Pokal, ja, das geht natürlich auch. Ein goldener Pokal. Ein goldener Pokal. Ah. So, jetzt renn doch zur anderen Seite raus. Du musst doch da nicht. Kannst du doch nicht, dazu musst du das Level erst einmal geschafft haben. Stimmt, ja, da war ja was. Gut erkannt. Du bist aber auch mal gut hier bei dir heute. Oh, nee, warte mal, 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 bitte. Geh mal da rein und, äh, du hast doch jetzt den Knopf da aktiviert, jetzt ist doch Wasser drin, vielleicht schaffst du's ja noch um. Ach, da war, stimmt, da war ja vorher kein Wasser drin. Nee, ist gut, dass du's gesehen hast, das hätt ich gar nicht mitgekriegt. Ich denke, man kennt das von mir. Jetzt sind wir hier aktiv, glaub ich. Obwohl, nee, das wär ja auch Spaß, nee. What the? What the? Was war das? Ja, keine Ahnung, okay, jetzt ist hier Wasser drin. Jetzt hast du garantiert voran das nochmal Wasser aktiviert, wo du sonst wahrscheinlich auch nicht weitergekommen wärst. Nee, er hat ja den Schalter jetzt wieder zurückgesetzt. Ja, du, man hat doch wohl jetzt nicht Wasser für die paar Münzen da oben aktiviert. Ja, doch. Ach, Leute. Ach,endreher, ich weiß, wie. Aber guck mal, da wollte ich grad sagen, da kommt da garantiert auch noch weiter hin. Aber dazu muss ich hier Quartier es ist also in die das auch stimmte Falle 5 er hat auch er wird er der Prozessor der Städte ständiger Begleiter kennt man ja. Oh, hier ist immer noch nicht der Ausgang. Hm. Yeah. Déjà vu. Aber doch, hey, komm. Ich glaub, jetzt... Ja, jetzt... jetzt was? Ja, genau. Ja, jetzt groß angekündigt hab ich mal wieder keine Ahnung. Jetzt hat er das wieder umgetautet. Ist hier wieder kein Wasser. Hä? Ja, warte mal, irgendwo kommst du jetzt... ...warentiert weiter. Oh, hier nicht. Jetzt wird's aber auch mit der Zeit bald knapp, ne? 172... Ach, ich muss ja hier... Ah. Ja, warum sie... Ich versteh's nicht. Jetzt muss ich das Wasser nochmal ablassen quasi, aber warum ist das immer am... Ach, das Spiel macht mich nicht. Ich glaub, das Spiel will mir bloß sagen, falscher Weg. Druck mich nicht, drück mich nicht, ich bin falsch. Don't push the red button! Hm, ich glaub, ich sollte den red button pushen. du hast es gesehen... ich bin nur über die Luft gelaufen. Khhhmhmhmhmhm. Skill mister mauli, skill! Äh, ja, ja,'s kannst du das mal willkommen! Nicht drauf springen auf... ja, doch... Genau, vorne gegen denos war schlecht bei den weinen, zu weit. Ahö, bei dem ist alles schlecht bei den fetten Bieten. die eine dicke Münze ja äh warum jetzt noch den Raketenanzug warum ich weiß ich weiß ich weiß und mit den jetzt verliert hat man selber verloren jetzt über über die Lava fliegen oder genau das habe ich jetzt vor und denk dran zu springen ey ey wow ich hätte auch von der die ganze Zeit von der anderen Seite hingekonnt meinst du? ne glaub ich jetzt ich guck jetzt lieber nicht nach wenn dem so ist dann kriegt die Krise ey guck mal nach guck mal der ist bestimmt drüber gekonnt nein nein ich guck nicht nach ich will nicht nein so na guck mal 5 fehlen noch kann ja nur noch 2 Stunden dauern nein weiter meinst du nicht? ja gucken wie wir hier sind 2 2 ok und das eine ist auch noch am Endgegner Level oha äh ach guck mal hier die Killerhühner wieder hm hm kluck nein hast du es geschafft ja oh oh ah alter weinert es ist falsche Artikel genommen äh ach sie ist wir wollten ja ääh ach so noch im Core 3 nach diesem Münz Bonus Level gucken stimmt sondern die gut ab und das war ein ganzes Schloss da das war ganz gut den letzten Endgegnern was auch die Dinger sind die Dinger sind geskürzt die reagieren nicht auf mich sondern die Regie nur bis gut war abwarten was ist ob die Scheiß aus Fliegel ja aber warum sind die da was können die keine Ahnung kann man die auf die Töten bringen die was wenn man sie tötet ich weiß es nicht gar nicht kann man jetzt hier der das so er hat wir wollen das wäre ja gar nicht durchspielen also du hast es wunderbar durchgespielt ja aber irgendwie das war nicht so genau das was wir haben wollten aber kannst du mal sehen wie gut ich normalerweise ein Level schaffen könnte ja 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 aber guck mal ich habe so das Gefühl hätte er klappen können ja ja ha so jetzt lass ich mich nochmal von ihm skatten ich wollte gerade sagen es ist immer gleich noch mal bei der ist es ist ja gar nicht machen, brauchen wir noch einen Raketenanzug der muss ja dann irgendwo hier jetzt sein so, da bei dem Koko, die geht nicht runter da geht es auch nicht runter da auch nicht da auch nicht da auch nicht und hier ist das Ziel ok ja, hier ist das schon das Ziel dann, ja, probier mal überall irgendwo hoch zu springen, also dann muss ja irgendein Weg sein, den wir noch nicht gesehen haben quasi was unsichtbar ist du weißt nicht, wo er ist? um, nee ok, oh, verdammt ich glaube ohne Anzug schaffen wir es nicht mehr, oder? hm stell dich mal zum Beispiel auf das Ding drauf und spring mal hoch nee, oh, oh, oh was denn? hier meinst du? aha ja, aber hast du mal meinen Zustand angeguckt? ja oh nein oh nein halt, 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 ganz ruhig sein, ganz ruhig sein oh, oh, oh oh, oh, oh glück gehabt ja, das war ja noch nicht der Schlüssel, doch nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt what the, what the, what the, what the, what the, was war denn das? was war denn das? keine Ahnung, es sah aus wie ein riesengroßer Apfel ja, das ist passend zur Jahreszeit Christmas Äpfel ja, passend zur Jahreszeit äh ja, die Äpfel fallen schon vom Baum vor lauter Kälte ah, ne sind noch Bäume, die jetzt noch Äpfel dran haben? na ja, nein das ist die Spätauslese schon vorbei, ganz sicher bin ich mir da auch nicht ist der nicht Oktoberöffel, sondern August Äpfel, oder? Spätauslese, ach, keine Ahnung ja, es geht ja nicht um die Äpfel, es geht um Schätze ja, das stimmt dicker, fette, krasse Schätze wie lang ist denn dieses Level noch? keine Ahnung ja ja, herrlich, ne wo kommt jetzt, vor allem, wo kommt jetzt das Wasser her, ja? der ganze Raum ist voll wo kommt das Wasser her? ja, erst ein Schiff, ich habe jetzt die Flanken geflutet eija ja ja warum nicht? so, und jetzt hast du es instant rausgepumpt ja Flanken wieder zu Titanic wieder am Leben ja ja, hätten die damals schon so eine Sicherheitsschalter gehabt, dann wäre die Titanic auch nicht untergegangen ja 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 okay na, das ging doch noch das ist sein vergifteter Dolch wieso muss der denn vergiftet sein? leider, damit spielt er immer heimlich Assassin's Creed, weißt du? ja, aber ist der da auch nee nein ne 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 ganz einfach mach jetzt keinen Scheiß, Mr. Pauli ah, guck mal was hast du die Krokus verbrannt? ja, Krokodil gegen Krokodil, so sieht's aus ah nein, pardon, es ist ja ein Drachenkopf ich bitte um Verzeihung ich wollte nur sagen, welche Krokodile können Feuer spucken es war das gesamte Let's Play lang ein Krokodilskopf bis du kamst und mir weint und meintest, es ist ein Drachenkopf das ist mir doch egal, sieht aus wie ein Krokodil ja, Kinder merken jetzt Krokodile können Feuer spucken, nur deswegen sind die wirklich gefährlich nein, merkt euch das bitte nicht pädagogisch sinnvoll nein so, im Endgegender Level ist, äh, ein Schatz versteckbar denn nun geht's ja los ja das ist ja nicht so schön naja, das heißt, dass wir am Ende den Endgegner besiegen müssen und machst du das halt mal so nebenbei ja Mauli, los den Schmister Mauli, du sollst ihn nicht von deinem Namensvetter fertig machen lassen der ist stärker als ich, der kann einfach mehr der Schmister mit Morgensternung hier ja, das ist, äh, einfach ja, ich hab bloß leider keine Ahnung, wo hier dieser Schatz sein soll ich glaube, das habe ich damals schon beim ersten Mal gemacht, als ich das Spiel, äh, als ich das Level gespielt hab äh, als ich den Krokodilskopf hab hier hinten durch und dann festgestellt, hier ist nichts aber irgendwie ist mir scheinbar doch mal oh no also so viel nichts kann hier ja dann doch nicht sein ja, ganz schön viel für nichts, ne ja, aber hier war ich doch schon mal das ist ein mobiler Rückweg das ist so praktisch ja, ich weiß auch genau, wozu der da ist ja, nein, ich weiß, wozu der da ist dieser Rückweg und? der ist, wenn du den Schatz hast, damit du den Endgegner nicht wieder besiegen musst, dann kommst du wieder zum Ausgang zurück ah naja, ansonsten wär der sinnlos, meinst du nicht? ja, macht schön ja nein, eigentlich soll man ihn bestimmt von der anderen Richtung aus machen, mit Stampfattacke, mit dem Wikinger-Helf um abzukürzen das sollte der eigentliche Grund sein meinst du? ach, was weiß ich schreibt's in die Kommentare, dann wissen wir es was ist der eigentliche Grund dieses Weges? soll es eine Abkürzung sein, von Eingang aus, oder der Rückweg, wenn man den Schatz gefunden hat Zuschauer-Frage, bitte auch mal was ganz Neues ja, ne ey, die Stadt, dann hat sie oh Gott, willst du jetzt alles kaputt machen? ja, natürlich will ich jetzt alles kaputt machen ach ich frag mich zwar gerade warum, aber ja, das frag ich mich schon seitdem du da angefangen hast ach, guck einer schau da ist schon mal wo das Ding ist ja, genau, wir wissen wo das Ding ist jetzt gilt es nur noch die Flüsse zu finden na so, wo noch total easy going wieder mal oh 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 bis auf die Tatsache, dass er hier so ziemlich überall sein könnte, aber ja das war jetzt knapp ja, die Spinne weg ist nekter, ey guck einer schau, da ist er noch so, jetzt wollen wir nur noch was zum ja, naja ah wuhuu I'm crazy, guck mal, da wäre noch ein Krokodilskopf auch noch gewesen stimmt wo war denn das Ding jetzt? wo war es? ach hier ja okay das ging aber jetzt wirklich ganz schnell eigentlich, ja jo ja, du sollst ja auch mal was in dat na, äh Baseball? ne Quatsch, nicht Baseball, äh Football denn sein goldener magischer Football, für mich sieht der aus irgendwie so ne Erbsenschote, ey wer sagt denn, dass der golden und magisch ist? ja, wenn der Dolch giftig ist, ist das Ding magisch ah, so wie die magische Cola Kugel ja, stimmt genau, wie die magische Cola Kugel sag nichts sag einfach nichts ich hälte schon meine Klappe danke ah, haaah ah, haaah ah, haaah ah, ich bin ja schon ruhig ah, haaah ah, mits ah, ja ähm das haben wir alle jetzt nicht ne, ist in Ordnung ne, das wird dann nachher rausgeschrieben geschnitten wird, keiner weiß, was in 3 Sekunden passiert ist nein, das wird nicht rausgeschnitten das bleibt das hättest du wohl gerne rausgeschnitten nein gibt's nicht ach, quatsch so, das haben wir die von, ne, ja, kannst ja rauslaufen ja, machen wir auch, aber ich, du siehst bestimmt nicht nochmal den Endgegner ne, das war der, ja das war der Vogel ach, ja, stimmt ah, ja erinnere mich nicht an den Vogel ah, guck mal hier ist nur ein einziger der war hier hier war ich vorbildlich das ist vorbildlich, vielleicht gibt's da einfach nur einen nein naja naja, ich das, das war jetzt später aktiviert, man hat doch hier hinterher das Wasser abgelassen stimmt und dann bin ich nicht mehr in dieses Level rein, deswegen war das noch nicht aktiviert dieser Schlüssel den konnte ich also vorher gar nicht finden das ist wieder so ein Gimmick gewesen so ein tricky Level, ja ja, genau so mit Absicht eingebaut ausgebufftes Style boah, das hier sehen wir, hier schlägt mich sogar durch die Wand durch gar, wenn er könnte, wie er wollte, weil er das auch tun den ganzen Tag tun, ja yeah, yeah, yeah boah, es ist aber knapp, ja alles so ist nur die Frage, äh, der Schlüssel ist jetzt freigelegt aber nur zum Teufel ist das Schlüsselloch da rennt einfach mal unten lang, wenn du da sowieso noch nicht langgekommen bist ja, wird gut werden ah, war noch diese Riesenkugeln, Thomas ja, die sind jetzt hier aber nicht mehr und da unten war ein Fleischbrot mit Pflanzen, richtig richtig, richtig oh oh, 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 oh ich glaub ich hab das mal geschafft, den Schlüssel da reinzuschmeißen Ohhhh, ungegund naja such den Helm aus Ränder rein, hol den Schlüssel ja, das ist dann echt versaut das ist aber auch nicht ich kann es ja wirklich durchflaschen, ich meine, hast ja alles, hast den besten Helm und ähm, Schlüssel hast du auch schon Na, es geht jetzt bloß noch, da, scheiß auf die Bete Es geht jetzt bloß noch darum, das zu finden. Richtig, genau. Ich glaube, das war ganz am Ende, oder? Da hatte ich mich doch gewundert, wo bitte da der Schlüssel gewesen sein soll. Ich hätte ihn doch gar nicht übersehen können, weil ja hier überall vorher Wasser war. Ja, das mag durchaus sein. Und dann hatte ich doch gesagt, naja, ach komm, mach mal später. Wie bei so vielen Schätzen. Boah. Ne, jetzt tüß los. Da ist er. Nur, wie kommt man da jetzt ran? Ähm, ja, den Stammkopf da. Ja, brauche ich einen Wikinger her, richtig. Wo kriege ich den her? Oh, gehen wir da hin. Nee. Oh, ne? Eigentlich ja. Ja, irgendwie schon, ne? Ey, wenn du jetzt stirbst, ist das nicht meine Schuld. Nein, nein, nein. Geil. Das war's wirklich, das ist hier nur der Rückweg. Da. Neun. Ja, aber ein Wikinger-Kopf hätt's auch gemacht. Ja. Boah. Passend, seine magische, magische Halloween-Maske. Ja, passend zum Fest. Auch schon wieder magisch, ey. So geht der... Magische Dinge. Oder was giftiges. Nein. Nein. Aber so geht der Morgen zum Halloween-Fest. Du, der sieht auch so schön schrecklich Kindergarten. Der braucht sich nicht verkleinern. Wenn du... Wenn du so aussehen würdest, guck dir mal die Zähne von dem... Sind doch Zähne, ne? Ja, ja. Naja, aber guck mal, das ist ja nur, weil er jetzt noch böse ist. Er hat ja nachher ein Facelifting bekommen. Er sieht ja nachher richtig stylisch aus. Na, aber ich mein, die Zähne, also die sind so breit wie... Oder fast so breit wie sein Gesicht. Ja, schon. Wie macht er das? Aber er wurde hinterher einfach mal rundum erneuert. Alles. Ah. Ja. Ja, ich hab gerade das Blinken nicht gesehen von ihm. Das sind die letzten beiden Schätze jetzt hier. Stimmt. Und dann heißt es nochmal den Endgänger besiegen. Und dann kommt... Ja. Und dann kommt auch schon der Abspann. Ich glaub, das ist ja auch wieder so ein Level. Man musste erst den Turm zum Einsturz bringen, bevor hier der Schatz aktiv war, oder? Einzul? Nee, glaub ich nicht. Weil das hier ja noch gar nicht das Turm-Level ist. Nee, eben. Ja, halt. Steht so irgendwelche Hypothesen in den Raum. Ich krieg diesen Hochsprung immer nicht hin. Der klappt nicht. Jetzt, da geht er wieder. Keine Ahnung. Muss schon quasi nach oben gedrückt haben, bevor du überholt springst. Ja, ich merke das, aber... Ach, komm schon. Ich hab's ja. Was kostet die Welt? Nimm. Ah, nimm hin. Und nachher reicht's wieder nur für den Baumstumpf, ja? Nee, es werden ja alle Schätze nochmal einberechnet. Alle. Ah, es gibt einen Baumstumpf, schon aus Prinzip. Nee, ich würde gerne mal den Briefkasten haben. Kann man den Briefkasten haben? Ja, das ist, wenn man nur einen einzigen Geldsack hatte. Ich hatte zwei. Dann kriegst du den Baumstamm, weil eigentlich kriegst du einen Briefkasten. Oder Vogelhäuser, was das sein soll. So ein Briefkasten hat eigentlich auch schon was, ne? Ja, ja. Er steht immerhin schon mal nicht mehr drauf, also nicht mehr irgendwo komplett irgendwo im Wald, sondern so ein Baumstumpf. Er steht ja schon mal vor irgendeinem Haus. Also wenn du Glück hast, ist der Besitzer... Besitzer? Also derjenige, vor dem du dann stehst mit deinem Briefkasten, vielleicht ist der netten, der sich dann mal vielleicht jeden zweiten Sonntag oder so rein. Ja, klar. Und da unten wird bestimmt der Schlüssel sein, richtig? Möglich. Hast du gesehen, wie ich den in die Ecke gedrängt habe? Der hatte gar keine Ahnung. Ja, klassisch. Der ist er natürlich nicht. So eine Action und dann finischt. Sofort. Aber ich hab, ich mobbe die Viecher ja auch total. Da ist der Schlüssel. Da ist er, ja. 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 Ja, und du? Ich weiß auch, wo das Schlüsselloch ist. Ah, stimmt, das ist ja wieder so ein Ding. Aber guck dir meinen Zustand an. Ja, ja, ich seh schon, ich seh schon. Ja. Siehste, genau, wir hatten das nämlich schon mal. Du hattest das nämlich, glaub ich, schon mal. Und, äh... Wo hattest du denn schon mal? Ja, hatte ich schon mal. Schon einmal gemacht. Und hier hinten ist nämlich kein, kein Päckchen mehr. Ja. Level nochmal machen. Da war unterwegs. Da kommen wir nicht mehr zurück. Ja, jetzt bin ich groß. Ja, genau so war's letztes Mal auch. Danke, dass Sie den Schatz nicht genommen haben. Hier, werden Sie groß. Ja, aber immerhin wissen wir jetzt, wo der Schlüssel ist. Und der Schatz dazu. Jetzt kannst du ja volle Kanne durchgruschen. Ich hab mich... Ja. Alter, wenn ihr jetzt schon wieder klein bist, am Ende, ja? Was ist dann? Was ist da? Dann. Oh nein! Was ist dann? Dreh mal um, dreh mal zum Anfang um und dann... Äh, mach nochmal. Nein, da kommen doch noch Items. Ja. Ich musste ja irgendwann auch nochmal sterben. Ja! Guck mal, ich hatte schon fünf Leben, das geht gar nicht. Der obligatorische Tod. Äh, ich... Musste. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich hatte keinen anderen Ausweg. Es musste sein. Man hat mich quasi dazu gezwungen. Ja, oder die fleischpressende Pflanze hat einfach... Hunger gehabt. Ja, also das getan, was in ihrem Skript steht. Quasi Mund auf und zu und... Ne, ne. Wenn da mal ein Vario reinfällt. Boah. Die handelt nicht gescriptet. Die Viecher handeln hier echt instinktiv. Vor allem, die hat auch ein echten Scheißleben, ja? Ich meine, die macht den ganzen Tag nichts anderes als... Naja, gut, das ist eine Pflanze. Also ich hab Mitleid mit diesen Sperrträgern, die wirklich an der Leiter stehen und immer von links und nach rechts laufen. Ja, aber guck mal, die, die, die wartet ja quasi nur drauf, dass du reinfällst im Wenden. Also wenn da kein Wagen reinfällt, dann... Naja, wieso? Es kann ja auch einer von den Sperrträgern mal zufällig reinfallen, wenn er nicht aufpasst. Oder so eine Riesenkugel. Ne, die schafft es wirklich immer. Was da? Mr. Mauli, die halten wir mal vorher an. Ja. Die können das ja auch. Die können einfach so gegen den Abgrund laufen und halten an. Ich nicht. Nee. Wie du mehrfach bewiesen hast. Ja, gucke hier. Siehst du, hält nicht an. Was soll ich denn da machen? Ich bin verzweifelt. Das ist... Ja. Das geht nicht mehr. Das muss ein Ende haben. Das war mal Skill. Skill, ja. Boah. Ich denke jedes Mal, du knallst jetzt da wieder runter, ey. Nein. Na, die Oma. Das war lächerlich, die. Wie kommst du wieder drauf? Guck mal, da haben wir ihn noch. Das ist sogar geschafft, ohne klein zu sein. Ach komm. Deine Sophie. Oh, der goldene Potpfeil. Oder sein Moby Dick. Danke für die, für den Folgennamen. Der goldene Potpfeil. Der goldene Potpfeil oder Moby Dick. Nee, das war zu lang. Weil das, äh, Let's Play Super Mario Land 3 Mario Land, äh, Spitzial, Co-Kommentary, wie German schon viel zu lang ist. Ach, quatsch, das ist nicht so. Die gibt es da tot. Haha. da Part 2 nicht zu vergessen ein Schatz noch ja aber bis jetzt am kurzen finde ich echt sein Gold im Moby Dick der gefällt mir ja gestern sei ich schon letztes Mal war es noch die magische Kulakugel die ist auch cool von jetzt ist es der Gold im Moby Dick das vorletzte Level hier was soll ich denn davon halten ja Gucke ja aber die wie auch ich hast du mal mitgezählt wie oft ich an Vögeln gestorben schnippen hat besser ist aber es hat glaube ich kein Vogel Game Over gemacht das war glaube ich die Lava wenn ich das noch richtig weiß obwohl es wäre so ein Killervogel gewesen nein ich bin in Ehre verbrannt ja ach das ist Lava die tanke ich weg ich bin Wario das stört mich nicht ja warum hat mir keiner gesagt dass Lava heiß sind ja ey ich war geduckt das war total unfair ja ich bin ja jetzt nicht mehr doch aber dann bist du wieder klar oh Gott nein mach es es geht nicht mit dem mit dem Controller weil ich keinen Steuerkreuz aktiver weil ich den Analog Stick aktiver weil ich den Stück seitlich machen dann erkennt er das als Linksbewegung und nicht mehr als Runterbewegung das ist natürlich ja es ist unschön deswegen ist es mir unmöglich diesen Part zu bestehen ja wenn du groß bist wenn ich groß bin ja 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 und jetzt ein Gebrauch ja ja wie komme ich da jetzt durch mit dem dicken Wikinger Kopf richtig das ist die Frage ja woher kriegen Ebay Internet da steigert da steigert oh oder ich aktiviere eben die